Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein etwas kleineres Video. Es geht darum, dass ich ein Townie-Makeover mache. Das ist jetzt auch eine kleine Videoreihe. Ich wollte das nämlich machen mit allen Townies, die so im Spiel vom Spiel auch schon direkt gegeben sind. Also die von EA auch erstellt wurden und so. Und heute beginnen wir mit Lilith von Caleb Vator aus Forgotten Hollow. Und normalerweise werdet ihr mich nicht sehen in diesen Videos. Jedoch habe ich aus Versehen meine Facecam aufgenommen. Und ich wollte euch nicht zeigen, wie ich verschnellert aussehe. Vor allem war das ein bisschen peinlich, das Teil war so, und ich ein bisschen bescheuert gucke. Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt einfach so, dass ihr mich jetzt so seht. Das sollte aber nicht die Regel sein. Ja, ich habe auf jeden Fall relativ lange gebraucht dafür, um zu gucken, was halt der guten Lilith stehen könnte und so. Wie man hier jetzt eventuell auch schon sieht. Und ich wollte dem Ganzen jetzt einen Maxis Match Style geben. Zumindest was Haare und so anbetrifft. Ich bin ja eigentlich nicht so der Typ dafür. Also meistens zumindest. Da bin ich eher so, oh, bitte Alpha Hair. Aber ich habe mich hier dann doch dafür entschieden, dass ich jetzt einfach für die Townie Makeovers einfach sage, dass ich dort Maxis Match Style nehme. Ähm, weil ich finde, dann kann man die Sims auch irgendwie noch ein bisschen besser kennenlernen, aufgrund des Zeichen. Ähm, ich werde bei diesen Townie Makeovers keine Gene irgendwie verändern. Ähm, sondern einfach nur sagen, okay, hier, ähm, beispielsweise, dass sie jetzt, äh, 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 äh. Also ich lasse es halt so. Das wollte ich sagen. Ähm, also ihr Gesicht und so bleibt genauso. Und, äh, ihr Körper und alles. Ihre Haarfarbe. Und, ähm, ja. Genau. Äh, das wollte ich euch nur sagen, wie das dann hier so ablaufen wird. Das wird dann in Zukunft, denke ich, öfter kommen. Weil es ist eine Sache, die ist relativ einfach, in Anführungszeichen. Also es geht relativ schnell. Und, ähm, ich mag es einfach Voice-Overs zu machen und so. Und, ähm, ich wollte sowieso mal alle Sims irgendwie erneuern, in Anführungszeichen. Dementsprechend finde ich das ganz gut. Und da ist sie auch schon, unsere Lilith. Ich finde Lilith ja super, super cool, ne. Und ich finde, sie ist sehr, sehr schön geworden. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Und, ja. Also, ich finde, man erkennt sie auch noch ganz gut wieder, so. Und, ja. Das ist einfach so das, was ich mir so vorstelle, wenn ich sie so sehen würde. Und wenn ich sie halt überarbeiten würde, so wie ich es halt getan habe. Zufälligerweise. Mensch, wie kommt das denn nur, dass ich es so empfinde, wenn ich den Sims selber so umgestaltet habe? Ich weiß es auch nicht. Boah, bin ich froh, wenn ihr mich nächstes Mal nicht mehr seht. Weil, bei so Voice-Overn ist das komisch, wenn man dann die ganze Zeit in die Kamera redet und sich so denkt so, oh. Oh. Aber, ähm. Ja, es wird sich ja dann bald legen. Ich werde auch eine Playlist anlegen, nur für diese Tawny-Make-Overs. Ähm. Dann könnt ihr euch die nur angucken, falls euch nur das interessieren soll. Also, das kann ja auch gut sein. Und, ja. Mmh. Das ist der gute Caleb. Da habe ich jetzt halt die Augenbrauen ein bisschen verändert, die Form. Weil seine Augenbrauen einfach ugly ist, fuck sind. Und ich dachte mir so, es ist mein Video so. Ich dachte so, ja, ich kann das ja dann so machen, wie ich will so. Und ich dachte so, ja, okay. Ich, ähm. Wenn ich die Augenbrauen scheiße finde, dann lasse ich die auch nicht so scheiße, wie sie sind. Und deswegen habe ich sie geändert. Und eigentlich habe ich auch ein anderes Video aufgenommen, hat aber nicht aufgenommen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, mach jetzt was Einfaches und beginne jetzt diese, dieses Video. Ähm. Und ich hatte halt Lust auf diese Vampire und dachte mir so, ja. Ähm. Ja. Caleb hat dann diese coolen Ohrringe bekommen. Äh. Von Praline Simpsons, die glaube ich. Und ich dachte, die passen vielleicht ganz gut. Die haben irgendwie sowas von diesem Style. Und das ist der gute Caleb. Und wir sind jetzt schon wieder beim Ende angelangt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Und. Tschüss.